ja hallo und herzlich willkommen zurück bei xion es gibt viel zu tun packen wir es an los geht's damit die außenhüllen reparatur vorläufig einzustellen aber die ist schon deaktiviert und jetzt möchte ich gerne dass hier null gelagert wird und hier 90 und das jetzt dazu führt es wird alles rübergebracht und hier oben rein gesteckt da kommen wir sicherlich einige minuten mit arbeiten allerdings auch nicht sehr lange da muss ich genau aufpassen so ein schiff ist angekommen wir haben obdachlose auf dem highway ist die hölle los mal wieder so das team wird er hat eine abschrittsstelle erreicht die oberflächentemperatur des planetes extrem niedrig und das team hat die gefrorenen überreste eines forschungsschiffes im eis gefunden so treibstoffzellen entlüften eis auftauen bohre durch das eis fragt beim endoskop untersuchen ausruf infrastruktur errichten ein bisschen risiko hier auftauen und rein auftauen und rein warum ist denn kein metall mehr zum abbauen vorhanden da müssen wir auch mal ein bisschen weiter weg gucken hier muss irgendwo volle pulle metall hier ich muss hier ein ganz genaues auge auf das thema rumpf haben auf Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na, pack ruhig was ein bisschen drauf auf den Rumpf. Kommt denn jetzt hier noch was an, oder geht das jetzt alles in die Außenbordschleusen? Okay, also es kommt auf jeden Fall noch was an. Und trotzdem wird weiter repariert. Keine aktive Halde. Ach Gott, jetzt geht ausgerechnet noch die Metallhalde kaputt. So, dauert auch nicht mehr lang, bis wir jeden aufgetaut haben, den wir auftauchen können. So, 17 Leute obdachlos. Da kümmern wir uns später drum. Ich will jetzt hier erstmal wissen, ob und welche Auswirkungen das hat. Mit diesen Häusern hier in der Wand. Ja, es kommt halt auch kaum was an. So, aus. Da fehlt hier immer noch. Drei von drei Spuren zur Protagoras. Vorher kommen wir hier aus dem Sektor nicht raus. Weil wir keine neuen Koordinaten haben, um den Busch zu lösen. Okay. Forschungsschiff. So, das Forschungsschiff wurde beim Ausfall fast vollständig zerstören. Ein Teil des Cockpits blieb intakt. Im Inneren konnten wir einige beschädigte Datenspeicher bergen. Es wurden tiefgefrorene Leichen mit Erkennungswagen entdeckt, welche die verstorbene Besatzung mit der Protagoras in Verbindung bringen. Neue Technologie. Verbesserung. Verbesserung? Hochwertige Schmiermittel für Werkstatt. Hier spricht die Besatzung der Ripley. Wir sind nicht in der Lage zu starten, da das Fahrwerk eingefroren ist und im Eis feststeckt. Da wir zuvor unsere Treibstoffzellen entlüftet haben, verfügen wir nicht mehr benötigende Energie für eine erfolgreiche Extraktion. Wir haben alle Zuflucht im Datenraum der Ripley gesucht und versuchen, die Energiereserven des Schiffes zu schonen, um nicht zu erfrieren. Bitte schickt Hilfe. Äh, und wie mache ich das? Ich schicke ein Team, um die Besatzung der Ripley zu retten und komprimitierende Missionsberichte zu zerstören. Warum soll ich die einen aufgeben, die Ripley? So, Quatsch. So, nichtsdestotrotz, ich muss hier genau aufpassen mit dem Rumpf. Na komm schon. So, ein Schiff zur Rettung ist da. Hoffentlich klappt das auch alles. Ja, ich weiß, dass wir vertrauen sind. Das gibt sich wieder, hoffe ich. Das Team wurde mittels eines Forschschiffes erfolgreich evakuiert. Es gibt keine weiteren Beweise mehr auf mögliche Fehler der Besatzung. Schiff verloren. Forschungsschiff Ripley. Okay. Fünf Leute bereit zur Extraktion. Vertrauensbonus plus zehn. Okay, ich habe mein Forschungsschiff verloren. Okay, aber ich habe nur das Schiff verloren, nicht die Leute. Immerhin. Gut, muss mal ein neues Schiff bauen. Aber erstmal gibt es irgendeine Anfrage irgendwo auf dem Schiff. Bestimmt mit der Rumpf wäre die Kriterie zu tun, oder? Ach, die Neuigkeiten vom Verlust der Ripley haben sich auf der Station verbreitet. Permanenter Stabilitätsabzug. Leute, das macht es mir echt nicht einfach. Unsere Erkundungsteams haben den Ruf, nicht nur die am besten ausgebildeten Besatzungsbilder zu sein, sondern auch die am besten Vorbereiteten. Sie sind Mentoren und Vorbilder für die Besatzung der Tycoon. Entdecker, deren Mut die Furcht bezwingt. Der Verlust eines ganzen Teams hat dem psychologischen Gleichgewicht der Station großen Schaden zugefügt. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben die Leute nicht verloren. Das sind Fake News. Könnt ihr das bitte mal aufklären? Die Besten sind die Ersten, die gehen. Ja, und in dem Fall auch wiederkommen. Ihr seid ja doof. Die Bulwark ist ein Frachtschiff. Die möchte ich nicht zuordnen. Okay, ein neues Forschungsschiff. Bitte bauen Sie jetzt. Komm schon, gibt er noch das Material? Administrator, we have collected and analyzed enough data to locate the Protagoras on the planetary system map via probe scan. Wir haben genug Daten gesammelt und analysiert, um die Protagoras auf der planierten Systemkarte per Sondenscan zu lokalisieren. Das sagt mir jetzt was. Warum sind da hinten plötzlich 55 Wissenschaftsdaten? Ja, Sondenscan. Ich habe da so eine Vermutung. Okay, da drin ist es nicht. Gut, aber dann wird ja hier irgendwo jetzt plötzlich wieder ein besonderer Spot irgendwo sein. Und der ist hier. Okay, dann nehme ich an, dass dort die Protagoras zu finden sein wird. Jetzt machen wir hier mit der Rumpfindigrität hin. Den fünf Material, die hier noch rein müssen. Okay, alles klar. Uh, jetzt wird es knapp. So, weiter reparieren. So, Typ 1, Legierung, 25. 25 und die Rumpfreparatur läuft wieder, ne? So habe ich mir das gedacht. Aber dann können wir hier alle auftauen und haben keine Probleme mit Obdachlosen. Ohne, dass ich hier noch komisch hin- und herbaue. Zwölf Obdachlose. Ja, das kann ich hier kann ich gerade nicht regeln. So, aber hier in den Salon-Quartieren. So, mal gucken. Ob es das gibt Quartiere? Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber auch hier mittendrin könnte man ja durchaus noch höher bauen. So, gleich ist das Ding fertig. Und dann gibt es schon keine Obdachlosen-Probleme mehr hier in Sektor 2. Die bewegen sich? Kommt dich denn eine ganze Wohnung im Erdgeschoss abholen, oder was? So, ja, am besten wäre auch hier, für mich hier, auch ein Zellenquartier. Wo kann ich das nirgendwo hinbauen? Wo kann ich das nirgendwo hinbauen? Wo kann ich das nirgendwo hinbauen? Dann müsste ich hier die Nahrungsmittelproduktion umbauen. Das dürfte vom Platz her aber nicht passen. Egal wie ich es drehe und wende. Allerdings könnte ich hier ein Zellenquartier hinpassen, wenn ich... Das passt... Also hier würde... Dann hier würde eins hinpassen. Ja, Moment mal. Ja, da würde eins hinpassen. Gut, dann würde es dort auch eins geben. Wenn auch nicht sofort. So, bewerten... bewerte die Situation. Okay. Die Protagoras wurde wohl geortet. Okay, ein neues Forschungsschiff steht zur Verfügung. Gut. Mit einem Umweg über Mag-R, um die Forschungspunkte abzuholen. werden wir dann nochmal schauen, was mit der Protagoras los ist. Könnt ihr euch aber schon mal darauf einstellen, dass das Thema Protagoras erst in der nächsten Folge zum Tragen kommen wird. Ähm... Ja, noch so ein bisschen Carbon und Silizium. Wäre nicht schlecht, ne? Wäre nicht schlecht, ne? Oder auch Eisen. Dann eben erstmal Eisen. Oh. Streiks in viereinhalb Zyklen. Hm. Hm. Hier, ich mach mal mehr Propaganda. Könnte helfen. Vielleicht auch nicht. So, was ist es hier drüben? Rumpfige Krität. Schicksal der Protagoras. Zurücklassen der Heimat. Tod der Erde. Durch unsere Sterblichkeit. Braucht Platz. Unbedingt Platz. Ui. Das Vertrauen sinkt. Moment mal. Pause. Ich hoffe, ich kann euer Vertrauen zurückgewinnen. Die Zeichen stehen aber auf Streik. Äh... FE, FE. Oh, Moment mal. So. FE. Top Priorität. Alles andere. Niedrigere Priorität. Und ja. Top. 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 Los, holt mein Eisen. So. Hier oben werden Wissenschaftspunkte gesammelt. Genau. Wissenschaftspunkte. Wo ist das Vertrauen so niedrig? Ich habe gar nichts Schlimmes gemacht. Wahrscheinlich liegt es an der Rumpfintegrität gerade. Die hätte ich nicht so weit runter gehen lassen dürfen. A probe has completed its game. Okay, da bleibt mir jetzt nicht viel anderes als abzuwarten. So, was lässt sich denn noch erforschen? Da können wir auch nochmal flott gucken. Kann man die Zellenquartiere denn verbessern? Falsche Perspektive. 30% Wohnrommel. Weniger Energiekosten. So kommen wir nicht weiter. Was ist bei den normalen Quartieren? Die sind schon optimiert. Die Werkstatt. Stanford-Initiative. Werkstätten reparieren Gebäude automatisch. Finde ich gut. Da muss ich mich da nicht mehr drum kümmern. Eine sinnvolle Erweiterung. Ja, und wie sinnvoll es weitergeht und wie es um die Rotakuras steht, das erfahren wir dann gemeinsam in der nächsten Folge von Xion, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.